Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Adventskalender. Ich bin Lena und wir machen heute mal keinen Walzer, sondern den Merengi-Grundschritt. Der ist wunderbar zum Üben von der Hüftbewegung, das heißt, ihr könnt den auch im Walzer anwenden und kann jeder lernen, ob ihr schon mal gekannt habt oder nicht. Wir starten einfach hier ein bisschen nach hinten, dann seht ihr meine Füße direkt. Und zwar mit der berühmten Position, wenn wir an der Bushalle stehen und warten, weil uns langweilig ist, wir knicken einfach so ein. Ein Bein ist gestreckt, das andere ist geknickt, Hände sind uns gerade noch egal, richtig einfach das ganze Gewicht hier rauf. Und dann wechseln wir auf die andere Seite, geknickt, gestreckt, ganze Gewicht, der Popo wird richtig rausgedrückt. Und geknickt und knicken und knicken und knicken. Für den Anfang machen wir überhaupt nichts mit der Ferse, bitte nicht hochgehen, sondern wirklich den ganzen Fuß einfach am Boden stehen lassen. Wenn wir die Füße haben, nehmen wir wie immer die Hände nach oben und machen eigentlich einfach nur so eine Joggingbewegung. Das heißt, das Bein, das geknickt ist, geht hier die Hand vor und andersrum. So, damit ihr das nochmal seht aus allen Perspektiven, nochmal wirklich von hier. Wir knicken und strecken immer die Beine, Ellenbogen kommen dann raus, entgegengesetzt und der Po durch dieses Knicken und Strecken. Einmal noch mal schon vorne, dann habt ihr die Arme hier. Eigentlich ist es wirklich wie Jogging. Wunderbar, dann machen wir es mit ein bisschen Musik. Einfach nur am Platz und ein bisschen im Kreis. Und jetzt drehen uns im Kreis. Und jetzt drehen uns im Kreis. Und nach hinten. Sehr gut. Perfekt, so jetzt wisst ihr wie man den Hintern bewegt, der Merengue-Grundschritt. Die Bewegung werdet ihr immer wieder brauchen im Salsa und Bacata, eigentlich in jedem Tanz. Und das könnt ihr machen beim Zähneputzen oder in der Bushaltestelle. Es fällt überhaupt nicht auf. Tut einfach so, als ob ihr friert und euch aufhärmen möchtet. Viel Spaß beim Süßen. Und ich hoffe, ihr seid morgen dabei beim nächsten Adventstürchen. Ich glaube, ich bin nicht die 24, deshalb. Bis denn! Bis denn! Bis denn! Bis denn! Bis denn! Untertitelung des ZDF, 2020